Howdy folks und willkommen zurück zu my time at porsche, ja. Wir waren schon mal kurz in der Ruine. Wir haben ein wenig geformt und gehen jetzt gerade noch einmal. Mein Ding läuft jetzt gleich ab und das kostet jedes Mal. Recht viel sogar. Der Bildschirm ist etwas nervig. Er, Reddington. Wir sind eine Art Frontier-Town. Wenn du nach Westen von hier fährst, würdest du die Peripherien in eine Runde. Manchmal wird ein wunderschön von dort aussehen. Also müssen wir immer vigilant sein. Bis zum nächsten Mal. Mit Li sprechen. Wie? Eine Datendisk. Verstehen. Wie? Das ist das, was die Angetate benutzen, um die Informationen auf ihre Technologien zurück in der Zeit der Korruption. Das ist sehr gefährlich. Denn es gibt eine Chance, dass dieses kleine Element hier, könnte das Blueprint für Armageddon sein. Das kann nicht so schlecht sein, richtig? Was? Du bist, was? 18? 19? Die Ange der Dunkelheit ist wahrscheinlich nur eine andere Geschichte für dich, richtig? Als ich jung war, meine Großbritannin hatte ihre erste Angelegenheit über die Zeit vor Peach. Die Zeit, als die Leute in den Ruinen lebten. Sie ging für Tage ohne Essen. Jeder hat sich über die größte Dinge gemacht. Und die Leute waren sehr alt, wenn sie bis zu 30 Jahren lebten. Und es war immer, immer, schmerz. Okay. Okay. Imagine that. Because that's what the end of the world looked like. That situation was created by the very same sort of dark technologies stored inside this little disk. Anyhow, I'm not trying to scare you, but it's the reality of your builder business. Dangerous technologies are spread all over the world, waiting to be stumbled upon and rediscovered. Places like the Research Center and cities like Vega 5 expedite their recovery. So, it's a priority of the Church to seek out and destroy all the data disks and other dangerous relics. With help from ruin divers such as yourself, of course. So, I can give this to you? Yes, yes, that's right. The Church will reward you handsomely for your efforts. We have in our possessions a vast amount of green technology learned through the ages. Wait a minute, I know that look. The Church isn't against the use of good technology that can bring Telesis to our society. We're only against dangerous technology. What kind of green technology? Mostly special seeds. You'll see. We can share what we have with you as you bring us more disks. You do know how to plant crops, right? Oh dear. You should ask your neighbor Emily about how to farm. Okay, great. Here. I'll take the disk and give you some seeds to get you started. When you discover more disks, bring them to us and we'll give you more seeds. You'll be doing this world a great service. Mr. Usendat and Disks. I'll take a few minutes. Before my time is over. But I will be back in the same place. I won't miss a friend. For more info on the internet. Bye. We'll take you guys. Bye. 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 My friends. Bye. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.